MMA, Welterweight, bis 77 Kilo. Round one! Auch geht es in der ersten Runde. 77 Kilo, beide sieht sehr stabil aus. Starker Treffer. Er hat der Handy auch gleich zu Beginn. Schreibt sich natürlich nichts. Rechter Punch. Front kick out, knockdown, knockdown! Hartes Ground and Pound. Er ist aus, er ist aus, er ist aus. Er schlägt, er schlägt. Blue Rook Knockdown. Erster Knockout am heutigen Abend durch. Hartes Ground and Pound. Ein, zwei Schläge. Da war er schon weg. Noch mal nachgesetzt. Steht aber schon wieder aufwendig mit eigener Kraft. Aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass es dem Kämpfer gut geht. Trotzdem wird er jetzt gleich nochmal gecheckt vom Ringarzt. Der erste 20 Sekunden, rechter Punch. Knockout. Stark, stark, stark. Aber es ist sehr stabil aus. 77 Kilo. Aber... ... ... ... ... ... ... ... Well, recovery for the other fighter, of course. Et la Troféhau offert par Olivier. Merci de Porsche, monsieur. Voilà.